Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia. Amnesia the Dark Descent. Wir hatten zuletzt durch Hebel, Schaltung und mit unserem Supergehör probiert, die Maschine langsamer zu machen. Und ich glaube, es ist uns geglückt, tatsächlich. Ich werde jetzt das Rohr hier verwenden. Oh. Jetzt nehmen wir unten durch. Na perfekt. Perfekt. Das lief doch, als ob wir das geübt hätten. Cool. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt so funktioniert. Alles. So knackig. Und jetzt kommt das Monster. Dann gehe ich so kotzen, ey. Okay. Da oben geht's zu einem Raum. Ah, da ist zumindest ne Tür. Okay. Woa. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein! 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 Was? Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Nein! Ein versperrtes Tor wurde von dieser Kreatur niedergerissen. Ey! Ganz ehrlich, was war das? Was war das jetzt? Oh, hab ich mich erschreckt! Scheiße! Entschuldigung! Ey! Moment mal, ist das nicht unser Monster? Unser eigentliches Monster? Äh! Hallo! Ich ruhe mich nur ein bisschen aus! Oh! Mh! Mh! Oh, ne! Ne! Ne, Leute! Ne! 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 Vor allem, was war denn das grad für ein Spruch? Daniel, dreh dich um, du trägst den Schatten bei dir! Wuhuhuhu! Ihr habt's auch gesehen, oder? Da war er wieder! Also das Monster! Wie soll ich denn da jetzt vorbeikommen, wenn der da ist? Ahhhh! Oh Mann! Danach brauche ich ne Pause! Oh, ist die Episode schon vorbei? Ne! Etwas über dreieinhalb Minuten, toll! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Nein! Geh bitte nicht weg! Äh, geh bitte weg! Sei bitte nicht da! Sei bitte nicht da! Sei bitte... Wuhuhuu! Okay... Okay... Wo? Wo?! Wo denn?! Fuck, wo? Ich kann mich hier noch nirgendwo verstecken. Leute, wo denn? Ich sehe niemanden. Oh fuck. So, hinter das Rohr. Das ist nicht beängstigend. Oh. Hat er mich hoffentlich nicht gesehen. Okay, der steht ja da. Oh, das ist ja dumm, oder? Bin ich jetzt hier einmal? Das ist doch ein Viereck, oder? Hm. Mal kurz gucken. Okay. 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 Der steht genau da, wo ich hin muss. Was mache ich denn jetzt? Muss ich denn jetzt, hm? Muss ich denn jetzt ablenken, oder so? Nee. Oh fuck, das geht sowas von in die Hose, wenn ich das jetzt machen muss. Okay. Man lebt mal einmal. Dann andersrum, andersrum, andersrum. Komm, komm, komm. Renn ne. Bitte, 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 bitte. Lass das klappen. Lass das klappen. Schleichen? Weg hier, weg hier. Komm, dreh dich bitte nicht um. 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 Lass das klappen. Lass das klappen. Lass das klappen. Oh, nein! Fuck! Entschuldigung, aber... Fuck! Wo bin ich? Wo bin ich hier? Hä? Achso, wieder... Scheiße. Das schaffe ich noch jetzt. Komm, noch ein Stein. Renn, renne, 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 renne. Ach, verfolgt er mich jetzt gar nicht mehr? Hm, das ist wieder, weil ich zu schlecht war und zu viel gestorben bin, deswegen. Daniel, hör auf so zu zittern. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, kletter einfach, kletter einfach. Wenn wir oben sind, machen wir einen Schnitt und beenden das hier. Komm, Daniel, verspreche ich dir. Komm, das wird schon, das wird alles gut, alles wird gut, alles wird gut. Hä? Was denn? Mal, tschüss. Ja, okay, das geht noch. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das hat doch nicht gelehrt, Gott sei Dank. Tschüss.